Dann ist der Poglentritt und andere ich sehe zwei, drei, zwei, drei, zwei, zwei, drei, zwei, drei, drei, drei. So, 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 so. Dann ich sehe, also das hier ist eine Mission-Siege, die Kombi. Aufgleich 4 IC 72 von ähm 72 nach Hamburg-Altona über Freiburg, Barlin, Barlin, Karlsruhe, Hamburg-Altona. Die Folge zugewinnt IC 106 nach Dortmund-Hauptbahnhof und IC 267 nach Berlin-Achtbahnhof 1723. Auf dem Gegengleich. Also aufgleich 4. Es ist nur um 15.06. Ja, hier geht's auch nicht richtig. Ich hab Ull-Hauptbahnhof. Allerdings hat dieser Zimmer eine Spielung von 15.000.